Malzeit Leute, hier sind wir wieder bei Ark und dieses Mal zähmen wir einen 1000 Füßler hier sucht euch am besten einen aus erstmal denn ihr nehmt ihn und fliegt erstmal zu eurer kleinen Basis wo ihr was zählt baut haben hier so, wir haben es drin gelandet also das Gefängnis sollte mindestens 3 Stockwerke hoch sein weil die Ark und raus rennen können ich habe hier 3x3 gemacht sollte eigentlich reichen so und ihr seht warum ich das hier 3x3 gemacht habe man kann nämlich den netten Kerl hier von außen sehen und so auch füttern 3 hoch, sonst können sie rauskriechen 10 tut das mit verdorbenem Fleisch oder einer Art Suppe die ich jetzt leider noch nicht gefunden habe alles Rezept dafür nicht die soll wohl dann für das Tierchen hier ganz genau und euch ganz gut sein aber leider habe ich diese nicht also müssen wir uns mit verdorbenem Fleisch begnügen ja und aber nach dem ersten Mal geht es wie immer ein bisschen schneller das ist Gott sei denn dank so die Backen hier nehme ich manchmal so ein bisschen raus dann habe ich manchmal ein bisschen Angst dass sie mir entgegen kommen ja Steine können sie auch noch zu plachen und somit hätten wir das kleine Tausendfüßchen das ist ja eigentlich ein ekliges Tier eigentlich, aber... naja naja somit kriegt ihr ihn eigentlich ganz einfach aber naja machts gut Leute bis zum nächsten Mal